Das bedeutet es also, ein Magier aus Fairytale zu sein. Fairytale! Freundschaft! Ich fall ein fehlendes Mal zum Boden, ich steh wieder auf. Renne auf dich zu und wieder schmeck ich deine Faust, fall hin. Ich darf mich verlieren, angetrieben von den Bildern in meinem Gehirn. Du hast Freunde verletzt, getreten und geschlagen, darum kannst du nicht erwarten. Ich würde einfach aufgeben, werde mich erheben, nicht mit voller Seele treten und zu meinen Werten stehen. Freundschaft! Größte Macht im Leben! Ich spür die Kraft in mir wie eine Flamme, die lodert. Schrei aus dieser Lunge und bestimm mein Kopf die Tonheit, denn ich habe wieder überall. Du fragst dich, wie das geht, ob ich dumm bin, weil ich immer wieder aufstehe. Aussehen mit Lächeln im Gesicht, sage ich, schon okay. Hast keine Chance, das liegt, weil du es einfach nicht verstehst, warst immer allein. Darum hast du keine Ahnung, Wahl und verletzt meine Freunde und ich bringe Bestrafung. Schlag dir, Schlag! Da liest dir heil! Du hast meine Freunde verletzt, dafür verletze ich dich jetzt! Stierf! Ja, ich starte gerade neu, ne? Ihr könnt unten in die Kommentare auch Vorschläge bringen, welche Animes sich demnächst thematisieren soll. Ja gut, auf jeden Fall, danke fürs Zuhören und ciao!